Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, am Dienstag ist es wieder soweit. Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt das neue Schuljahr und ihr werdet durch die Eingangstüren wieder in eure Schule gehen. Herzlich willkommen! Hinter diesen Türen erwartet euch vielleicht etwas Vertrautes. Eure Mitschülerinnen und Mitschüler, ein fester Tagesablauf und vieles andere, worauf ihr euch freuen könnt. Für viele wartet auch Neues, Unbekanntes, eine neue Klassengemeinschaft, neue Lehrerinnen und Lehrer und neue Regeln, damit sich Corona nicht weiter ausbreitet und möglichst alle gesund bleiben. Auf jeden Fall wünschen wir euch, dass Gott euch mit viel Mut und Hoffnung ausstattet. Und wir wünschen euch Menschen, die euch begleiten, die euch unterstützen, die euch zuhören, die Freude und Sorgen mit euch teilen. Und dazu segne dich und alle, die dir am Herzen liegen, der barmherzige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.